Die Gondel kommt! Und bestimmt auch Freunde. Er wird dich im Stich lassen, meine liebe Elisabeth. So weit er hat, was er will, ist er weg. Was kann man von einem Lügner und Frauenmörder anders erwarten? Komm, Stark. Vater, Prophet, was immer sie sind. Ich gehe und sie können nichts tun, um mich aufzuhalten. Oh, mein liebes Kind. Da täuscht du dich. Was? Was? Was wollten ihr da oben? Rucker, Raketen! So, was sind denn die Heinze? Ähm, muss ich mich verarschen? Was? Was? Willst du mich eigentlich wirklich verkracken? Okay, alles klar. Ich weiß, was zu tun ist. Oh, scheisse. Oh, das war knapp. Das war knapp. Oh, das war knapp. Okay, ich muss den mal richtig erwischen. So, Moment. Moment. Pass mal auf. Ähm, ich habe kaum eine Munition. Ach, du Scheiße. Soll denn das gehen? So, das haben wir schon mal. Hilfe, 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 Hilfe. Ähm, hallo? Ich häng fest. Ach, ist der immer noch da? Und da? Alter, die haben sich jetzt wohl irgendwie selber minimiert. Das soll mir recht sein. Mein Gott, was für ein... Das war ein bisschen übertrieben. Wo kriege ich jetzt Muni her? Oh, den hätte ich brauchen können. Upsi. Such neue. Ja, danke. Ich gehe mal kurz Munition holen. Und zwar da oben. Da hatte es ja. Und zwar muss ich da alles einkaufen. So. So. Dafür hatten wir also das ganze Geld bebraucht. Leuchtet ein. So. Wir sind wieder soweit. So, nehmen wir mal den Express. Und wir gehen mal... Ähm, wo geht's los? Hä? Okay. Ah. Natürlich. Hilf mir mal mit dem Schloss. Sieht einfach aus. Dann mach doch mal. Wenn es so einfach ist. Bitte. Dankeschön. Rein mit dir. Los. Oder geh weg. Aber nicht schlecht. So. Gut. Das hätten wir schon mal geschafft. Als sie da am Strand ohnmächtig waren, da... haben sie immer einen Frauennamen gesagt. Anna. Darüber will ich nicht reden. Äh, tut mir leid. Es geht mich auch nichts an. Woher stammen sie, Mr. DeWitt? Aus New York. Was haben sie dort gemacht? Sowas ähnliches wie hier. Nichts, was man unbedingt in seinen Lebenslauf schreibt. Ich bin froh, dass sie hierher gekommen sind. Was meinst du, wieso ich hier bin? Ich hab gespielt. Jetzt hab ich Schulden bei den falschen Leuten. Ich bin hier, um sie loszuwerden. Was denkst du, wieso ich dich hier raushole? Aus Wohltätigkeit? Wer schickt sie? Leute, die meine Schulden übernehmen. Im Austausch gegen dich. Warum rastet sie nicht aus? Das ist eigentlich nicht so toll. Sie findet's wohl ganz normal. Okay. So, da sind wir schon. Und es scheinen keine Feinde da zu sein, Gott sei Dank. Wir hatten jetzt auch mal genug gekämpft. Mein Gott. Huch. So. Hier, für die Kasse. Dankeschön. Gut. So, ich würde mal sagen, mit diesem tollen Ausblick hier, ähm, beende ich mal die Folge. gell? Oder die Folgen hätten. Das sind jetzt mal so wieder so viele, dass wir fünf Folgen draus kriegen. Mein Gott, das kam mir echt lange vor. Aber wir haben auch viel gekämpft. Das muss man schon sagen. Schon richtig. Was ist denn? Ja, genau. Setz dich hin. Dein Rock geht durch den, nein, egal. Ähm, wir haben auf jeden Fall sehr viel geschafft. Und viel gekämpft. So viel Muni, wie wir verbraucht haben. Äh, naja. Die hier will ich auch unbedingt loswerden. wie sie gleich losrennen will. Nein, wir gehen noch nicht. Ich dachte, ich kann die ablegen. Naja. Dann sage ich, sehen wir uns morgen wieder in Minecraft Asia. Und ich wünsche euch noch einen schönen Freitag, Nachmittag, Abend, oder wann auch immer ihr das schaut. Ciao. Here's a toast to the lives that I lived Now I'm lost in the blue of the sky A sea of dreams had once waited For me to arrive A journey I won't survive Just because I choose one thing as best Doesn't mean that I lost the rest Possibilities unchosen reappear Fame might be both in some other You reverse Take me home where I belong From one lighthouse to the other If your mind makes memories where none exist Doesn't make it an infinite list If your mind makes memories where none exist Doesn't make it an infinite Ever-expanding list ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020